Applaus Wir haben eine dementsprechende Stimmung für das Postdown, eine Minute ab jetzt! Applaus Applaus Dankeschön! Wirklich eine Beiergruppe der Klasse! Zur Siegerehrung möchte ich jetzt auch einen sehr massiven Athleten auf die Brüder bitten, er war set, zweimal im Gesamtsieger bei dem Basketballathlet 2009 und 2010 ist der Universumstatter, Herrn Michael Zimmermann! Applaus 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 Ich glaube, ich hätte der Bastel auch nicht dazu Applaus 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 So, beginnen wir mit der Siegerehrung Applaus Auf Platz 5 in dieser sehr gut besitzten Klasse die Stadt Nummer 110 und 14, Herr Karl Neuger Applaus Platz 4 in der Stadt Nummer 113, Herr Marco Schröter Applaus Applaus Platz 4 in der Stadt Nummer 113, Herr Marco Schröter Applaus Applaus Zu den Top 3 jetzt Mit der Stadt Nummer 143, Herr Ernst Barri Applaus 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 Kiss Applaus 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 Tag 2 dieser Müllerklasse, die Startnummer 100, 44 Thomas Müllerink. Sieger, in einer wirklich Topform, in der Startung 1 und 10, Sieger Walter Hedda. Jawohl, Michael, stößt Sie noch ein bisschen dazu? Hebt auszielen, hebt auszielen! So, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, der Tags-Stadt-Pfé, gleichzeitig qualifiziert für die WM-Meisterschaft in Irland, der Walter Leper und der Thomas Burjari, in 3 Wochen im Irland. Und ich danke Sie mir natürlich auch noch. Es steht noch um den 60. Also, ich glaube, das war jetzt, haben Sie noch einmal einen Top-Prauss verdient.